eine erste Haltestelle. Oh, Cloud! Hast du Mugi und die anderen gesehen? Sie sind sicher auf ihrem täglichen Rundgang. Ich hätte ihnen sagen sollen, den heute ausfallen zu lassen. Falls du die Kinder siehst, könntest du ihnen sagen, dass sie zurückkommen sollen? Du erkennst sie an ihren... Schwerten. Ich weiß schon. Bleib du mal ruhig hier. Warte hier auf die Kinder. Okay? Ja, wird gemacht. Schon wieder? So, die verschwundenen Kinder. Die werden wahrscheinlich wieder hier irgendwo in der Gegend sein. Würde ich jetzt einmal behaupten. Salia, die Frage. Mich würde es mir interessieren, wie viele Kinder. Würde ich jetzt einmal ganz kurz behaupten. Wie viele Kinder sollen wir denn da wieder mitnehmen? Aha. Ah, der will dann auch schon was von uns. Würde es wissen. Bin aber eher gespannt, ob das jetzt wirklich auch hier zählt. Oder ob ich da vielleicht wirklich jetzt einmal kurz da durchfallen muss. Oder wie viele Kinder. Wie sie dir wenigstens da letztens gesagt habt, okay, passt. Das heißt, ich vermisse so und so viele Kinder. Bitte kannst du suchen. Bitte kannst du nachschauen. Ich habe mal da eine da. Weil wir haben ja Zugangsberechtigung. Wir haben ja Zugangsberechtigung. Vielleicht schauen wir mal so eine. Schauen wir mal vorbei. Wer weiß, was da wieder los ist. Auf ihrer Routine oder was auch immer. Mich interessieren, ob wir da vielleicht sogar quasi... Nichts, gell? Ja, der ist wurscht. Ich habe nachgeschaut. Ich habe in dem Fall nachgeschaut. Das Einzige, was mich halt nur einfach ärgert ist, ist, dass er gesagt hat, wie viele Kinder. Gar kein Training oder irgendwas. Gar kein Gegner. Wie fährt, Alter. Wie fährt normalerweise wieder? Und du 20 Gegner? Gegenangriff? Ja. Gegenlift? Ja, da kennt ihr vielleicht wieder einer selber. Das sind die Kinder nicht. Schüsse. Wenn sie es euch kennen, dass sie vielleicht angeln oder irgendwas, aber da geht es ja gar nicht mehr ab. Hätte man da ein bisschen mehr erwartet. In dem Bereich. Gar kein Gegner. Gar nichts mehr. Bin ich irgendwie enttäuscht? Bin ich jetzt? Bin ich jetzt eigentlich? Bin ich nur enttäuscht, dass da gar nichts ist? Einfach so mittendrin. Eine Kiste. Aha. 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 Mitten drin. Ah, wo mitten drin. Nur eine Kiste. Das Gute ist, ich werde jetzt aber trotzdem den Weg so ein bisschen Richtung Kirche gehen. Weil ich so ein nettes Gefühl habe, wenn ich das leihunde Gefühl habe, dass da vielleicht eh auch die Kids sein könnten. In der Richtung. Aber es wird sich aber auch gut treffen, dass wir mal bei der Kirche auch mal vorbeischauen. Das wäre auch super. Und ich habe schon etwas erledigt, das kann auch möglich sein. Weil das habe ich die ganze Zeit das auch gezeigt. Oder sage mal, vielleicht kannst du uns ein bisschen mehr verraten. Das wäre ja vielleicht auch nicht schlecht. Dass diese Platte abstürzen könnte. Ob es hier wirklich sicher ist? Oh. Okay. Also das hilft uns mal definitiv nicht weiter. Warte mal ansatzweise. Oha. Du musst cloud sein. Nein, ich bin nicht cloud. Vielleicht beim nächsten Mal bin ich cloud. Wenn uns jemand helfen kann, dann du. Als ehemaliger Soldat hast du sicher genug zu tun. Aber solltest du doch etwas Zeit haben, könntest du uns vielleicht helfen, unsere entlaufenden Schokobus zu finden? Der Sturz der Platte hat sie so verschreckt, dass sie einfach davon gelaufen sind. Das sind viele Sanzen, Schäfe. Die Amt-Tierer müssen jetzt sicher irgendwo Angst und Hunger leiden. Sie tun mir so leid. Wir hatten die Augenaffen. Herr Reha, es tut mir so leid. Bitte gebt ihnen das hier zu fressen, wenn ihr sie fressen. Ja, Mama, 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 die. Drei Tiere, Sanzen. Rolo und Momo. Der wäre mir schon fliegen, hätte ich gesagt. Sollten Sie sich beruhigen und von alleine nach Hause finden. Danke. Da kann man dann jetzt quasi zahlen dafür, damit man dann quasi von A nach B kommt. Ach, das wird... Das ist aber leid, wenn das so angezeigt wird. Das finde ich super. Das wird angezeigt, wo du musst hin... Das ist super, Alter. Das ist super. Trotzdem, das mit den Kindern... Das ärgert mich. Das mit den Kindern ärgert mich. Dass es nicht gescheit angezeigt wird. Beziehungsweise, dass ich mir wenigstens sage, okay, passt. Dort und dort könnte ja es etwas gehen. Na, wenigstens haben wir mal die Tausendschritte. Müssen wir ja auch. Müssen wir ja auch machen. Oh, ey, Johnny will auch was. Das Gute ist wenigstens. Überall. Fitts wieder irgendwo was. Das ist super. Ich kann dir jetzt schon sagen, das wird mindestens so 20, 30 Missionen geben. 100%. Und dank Colosseum wird es wahrscheinlich auch noch ein bisschen was Neues geben. Hoffen wir zumindest. Colosseum wird Bombe. Colosseum wird definitiv Bombe. Oh, das mit den Kindern ärgert mich. Dass sie mir nicht einmal... Sagt... Zeige ich mir noch ganz kurz her. Slum Sektor. Kann das sein? Dass das da vielleicht sein könnte? Das könnte vielleicht gut möglich sein. Zeige ich mir noch einmal ganz kurz her, was steht denn da drauf. Ja... Und... Ja, da gehen wir jetzt gerade hin. Dementsprechend. Ja, es kann wohl auch sein, dass es wieder die Äußer ist, die was auch gezeigt wird. Das kann auch wieder gut möglich sein. Ja... Wird wahrscheinlich wieder die Äußer sein. Wird definitiv wieder die Äußer sein. Also mit Limiter und alles, wenn man da jetzt wieder echt hat, das wäre eine schwere Nummer, gell? Das würde echt ein bisschen sehr, sehr schwer werden. Aber passt schon. Das würde echt ein bisschen schwer werden. Aber lass ich gerne einmal so stehen. Dann haben wir eh auch, gell? Unseren ersten Chocopo, das passt dann eh. Ich glaube aber, ich brauche halt einfach nur einen stärkeren Gegner vor mir, das ist das. Und wenn ich so einen schwachen Gegner vor mir habe, dann kann ich nie den Limiter richtig gescheit ausnutzen. Und das geht's mir. Zumindest dich nicht. Ich kann es nie gescheit ausnutzen. Und da haben wir auch den Chocopo. Oh, nein. Stui. Wie ist das, wie es geht? Ich glaube, der weiß das dann schon automatisch, wo er hin muss. Ja, denke ich mir, denke ich mir. Das ist ja das. Und selbst wenn wir die Kids während des nicht finden, finden wir aber dafür die Chocopo. Ist ja auch nicht schlecht. Hätte ich gesagt. Und ich wollte schon die ganze Zeit einmal mindestens wieder mal zur Kirche zurückkehren. Das war mir ehrlich gesagt auch ein bisschen wichtig. Aha. Na schau, na schau. Gibt es sogar was zum Sammeln. Heilpflanze. Okay. Kann ich ja nur wissen. Aber sonst gibt es gar nichts, gell? Leider nicht. Leider nicht. Obwohl da vielleicht, dass jetzt da quasi abgesperrt ist und das Ganze. Also, nein. War auch offen. Schade. Ja, wenn wir jetzt gerade irgendwie ein bisschen mehr was. Ja, definitiv. Definitiv. Ein bisschen mehr. Wollen wir das Geld wirklich ausnutzen? Das kleine Stückchen. Ja. Ja, na gut. Wollen wir ja auch mal schauen, wie das da so ist. Muss ja, müssen wir auch mal gesehen haben, oder? Müssen wir auch mal gesehen haben, oder? Müssen wir auch mal gesehen haben. Müssen wir auch mal gesehen haben, unbedingt. Aber trotzdem ärgert mich das mit den Kids. Aber wenn wir da jetzt einmal da so entlang gehen und alles da mal dran, werden wir vielleicht eh auch noch den einen oder anderen fliegen. Das, was mich stört, ist das mit der Markierung. Achso. Das ist doch woanders. Nein. Hey. Blödsinn, oder? Blödsinn. Ich sag's dir, blödsinn. Ja. Wirst du mir die ganze Zeit angezeigt? Nein, das ist eh bei Slumsektor 6. Das mit den Kids. Ich muss nur, achso, ich muss nur runtergehen. Ja, jetzt mache ich das aber auch mit den Chocopos gleich fertig. Noch sicher. Machen wir das erst dann mit den Chocopos. Kann die Tante da scheißen gehen. Ich habe nichts dafür, dass der sich da plötzlich dann noch zusätzlich heimischt, oder irgendwas. Aber es ist wenigstens das Rufzeichen dabei. Ich habe mir schon gedacht, aber es gibt es ja nicht. Gar keine Hilfe, oder gar nichts. Ist ja komisch. Normalerweise. Normalerweise wird immer geholfen. Ist das schon mit dem Kind, oder? Ja, ich fahre nur für einen Freund. Aber komisch jetzt gerade. Aber Kind ist Kind. Didi. Hi. Das ist das vermisste Balk. Vermisst das Balk? Geht's noch? Wie? Aber zu seiner kleinen Art. Bist du allein? Bist du eng? Wir haben auf unserem Grundgang die eingestürzten Gräber wieder in Ordnung gebracht. Doch dann war das so ein Lachen. Und auf einmal waren die anderen verschwunden. Und auf einmal waren die anderen weg. Aber schon wieder. Gibt's ja nicht. Dann können wir wenigstens ein bisschen mehr ledigen jetzt nicht mehr. Ja, Fips. Ich wollte gerade sagen, sind die schon wieder weg, oder was? Fack, der, Fack, der, Fack, der, Fack, der, Fack, der. Der Gerät. Der Gerät. Ja, der Schwertsturm. Der Schwertsturm. Der Schwertsturm. Der Schwertsturm. Wow. Wow. Warte, er haut's. What the fuck? Er haut's selbst drauf. Ein bisschen sehr ungewohnt. Sehr, sehr ungewohnt, dass der nicht selber drauf hat. Aber passt schon. Also, die machen selber erst. Fuck. Das ist ursch. Das ist ursch. Wenn die selber erst machen. Würde wir trotzdem sagen, klar. Mach ein. Eine Heilung. Mach definitiv eine Heilung. Dass du richtig schön reingeschissen hast. Dann gehen wir auch am Anfang richtig schön reingeschissen. Ist aber nur wie immer der eine da? Oder beides sind noch da. Beides sind noch da. Das ist der App. Oder wie die aus den Kenans. Aus den Kenans. Also da muss ich sagen, also Hut ab. Mich interessiert auch noch mein Limiter. Das ist das Einzige, was mich interessiert. Das ist das Einzige. Hauptsache Limiter. Ja. 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 Dann einmal wieder Magie. Ja. Sicher selber für Tifa. Tifa soll dann Barret retten. Und Barret soll sich selber retten. Ja. 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 Ach gut. Ist er das überhaupt ganz gut. Du bist ja langsam Zeit oder Habra. Du bist ja langsam sehr, sehr Zeit. Jetzt kannst du dir. Pam, pam, pam. Oh, lauf an. Oh, lauf an. Und die Buhl ist da jetzt drin, dann auch. Komm, 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 komm. Pass perfekt. Pass der andere? Der andere? Nein! Der andere ist jetzt am Arsch. Geil, oder geil. Ah, andere ist jetzt im Walsch daheim. Pipi, verbist, Apple. Eine Dreierleiste ist schon sexy. Dreierleiste ist schon sehr, sehr sexy. Kann ich das, wollte gerade sagen, kann ich das nochmal machen? Mit der Vision. Ja, ich würde jetzt mal sagen, definitiv. Einmal Engel, die soll wieder zurückkommen. Definitiv. Oh, ich würde, muss ich lieb. Achso. Darf ich noch einmal. Scheiße. Ich war ja schon echt motiviert, ich glaube, ich habe ein Limiter ausgepackt. Vision. Aber Dreierleiste ist sexy. Boah. Allein schon mit den ATP-Boosten das Ganze, Alter. Barber, Alter. Richtig Barber. Hat den echt gut ausgeteilt, die Geister. Muss ich nicht schön aufpassen. Aber ich glaube, schwächer wäre Blitz oder Feuergeld. Wahrscheinlich sogar Feuer. Ihr wollt mal gucken, ob alles in Ordnung ist. Verstehe. Vielen Dank auf jeden Fall. Ihr habt uns schon wieder geholfen. Wir gehen zurück zum Hähnchen hoch. Dort macht man sich sicher schon Sorgen. Cloud, das hier habe ich vorhin gefunden. Zeit. Wenn du willst, kannst du es haben. Zeit. Zeit. Interessant. Interessantes Item. Ist sogar gleich abgeschlossen. Das ist Bombe. Und ich muss nicht einmal ein Item vergolden. Das ist schön. Sowas gefällt mir. Oder sowas gefällt mir.